Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf Trading Show. Heute will ich euch zeigen, wie man das perfekte Smartphone für sich findet, wie man mit dem Affiliate System arbeitet und noch ein paar andere kleine Kniffe. Und dazu starten wir als erstes auf der Startseite. Dort gehen wir auf Smartphones und suchen uns zum Beispiel das OnePlus aus. Hier findet man immer auf der linken Seite eine kleine Filterbox. Wenn wir nur ein Snapdragon 8 Gen 2 Smartphone haben wollen, können wir das hier filtern. Was wir natürlich auch machen können, ist hier oben den Assistenten benutzen. Dort sieht man all die Filter, die man gebrauchen kann. Und dort können wir auch den Snapdragon 8 Gen 2 auswählen. Hier kriegen wir alle Smartphones angezeigt, die den Snapdragon 8 Gen 2 haben. Sind wir auf einer Produktseite, finden wir ein paar wichtige Informationen. Natürlich können wir die Farbe auswählen. Hier ist oft auch eine andere ROM auszuwählen. Aber wichtig für die meisten sind die Produktdetails. Da finden wir alle Informationen zu dem Produkt. Da versuchen wir so genau wie möglich zu arbeiten, was heutzutage bei zum Beispiel Kameras sehr schwer ist. Aber hat das Gerät Wireless Charging, NFC oder auch jede einzelne Frequenz auflisten, die für viele wichtig ist. Habt ihr Fragen, könnt ihr die natürlich hier unter Fragen. Stell eine Frage, senden. Natürlich könnt ihr auch hier oben unter Service das Kontaktformular nutzen. Und habt ihr allgemeine Fragen zum Produkt, fassen wir die hier alle nochmal zusammen und versuchen die hier zu beantworten. Oder hier oben in der FAQ sind noch ein paar mehr Fragen, die allgemein sind, die Kunden gestellt haben, die wir versucht haben zu beantworten. Das Wichtigste hier ist der neue Kompatibilitätsassistent. Da haben wir eine kleine Datenbank aufgebaut, die basiert auf vielen Informationen, die wir uns von cellmapper.net geholt haben, zu den Frequenzen und den Providern in verschiedenen Ländern. Und da könnt ihr das Land auswählen. Wählen wir hier zum Beispiel Deutschland und Vodafone aus. Sehen wir hier eine kleine Liste, was unterstützt Vodafone in Deutschland, welche Frequenzen und welche Frequenzen werden von diesem Gerät abgedeckt. Und da sieht man natürlich, Band 20, Band 28 und 32 werden hier nicht abgedeckt. Deshalb hat es keine hundertprozentige Kompatibilität. Ist das wichtig für euch? Dazu haben wir zum Beispiel einen kleinen schönen Beitrag im Blog für Band 20. Da könnt ihr mal durchlesen. Aber in vielen Bereichen, wie zum Beispiel Vodafone, wird auch hier Band 1 und 3 genutzt. Was dann halt hier nicht ganz so wichtig wäre. Wir haben noch ein paar weitere Informationen, die auch einen bestimmten Score haben. Und der fasst dann zusammen den gesamten Score. Und das ist halt hier der Google Play Store. Gibt es Updates, welches White Wine Level hat das Gerät. Und wenn ihr nicht wisst, wofür ein White Wine Level da ist, haben wir auch immer hier eine kleine kurze Beschreibung, wozu das Ganze da ist. Auch beim Google Pay oder Netflix. Und so könnt ihr herausfinden, wie gut das Gerät zu eurem Land und zu eurem Provider passt. Als weiteres will ich euch den Kundenbereich zeigen. Da haben wir ein Affiliate-Programm. Das unterteilt sich in drei Links. Das Empfehlungsprogramm, das Partnerprogramm und meine Belohnung. Das Empfehlungsprogramm ist ein allgemeines Empfehlungsprogramm. Da habt ihr einen Link, der allgemein ist, der direkt zur Webseite führt, den ihr teilen könnt. Oder auch die Sponsor-ID weitergeben könnt an eure Freunde. Und dann wird jeder Sale, der darüber gemacht wird, euch gut geschrieben. Und ihr kriegt eine Provision dafür. Natürlich könnt ihr auch hier E-Mails versenden. Die werden automatisch und vordefiniert versendet. Und da wird auch euer Link eingefügt. Unter meine Freunde seht ihr dann, wie viele schon gekauft haben und wie hoch eure Provision da ist. Das Affiliate-Programm ist das interessantere Programm. Dort könnt ihr bestimmte Produkte bewerben. Und der große Vorteil ist, dass man da halt auch immer so einen kleinen 5 Euro Gutschein bekommt, wenn man die Seite aufruft. Das heißt, der Kunde ruft die auf, kriegt einen 5 Euro Gutschein, wenn er in nächster Zeit abschließt. Was natürlich noch ein bisschen mehr pusht, um einen Abschluss zu machen. Und der große Vorteil vom Affiliate-Programm ist, ihr seht genaue Statistiken. Aber keine Sorge, bewerbt ihr zum Beispiel einen Mi 13 und jemand kauft ein Mi 12, wird auch das Mi 12 gut geschrieben. Und ihr seht es hier bei euren Verkäufen. Und hier seht ihr eine, da seht ihr eine genauere Statistik. Da seht ihr zum Beispiel, wie viele Leute den Link angeschaut haben. Wie viele Aufträge gemacht worden sind und wie viele verkauft worden sind. Und natürlich eure Provision. Wo ihr auch noch den Affiliate-Link finden könnt, ist auf der Produktseite. Wenn ihr eingeloggt seid, seht ihr hier so eine kleine blaue Box. Dort könnt ihr den Link direkt rauskopieren. Und dort könnt ihr den auch per Facebook, Twitter oder E-Mail versenden. Und ihr seht auch direkt die Provision, die ihr bekommt, wenn jemand dieses Produkt kauft. Als letztes im Kundenbereich haben wir meine Belohnung. Das ist so ein kleines Dashboard. Dort seht ihr, wie viele Belohnungsguthaben ihr habt. Wie viel ihr durch eure eigenen Treuepunkte und Käufe verdient habt. Oder halt durch Affiliate-Provision. Ihr seht halt hier den kompletten Verlauf. Welche Geräte wurden zum Beispiel am meisten gekauft. Wie viele Provisionen habt ihr bekommen. Oder hat jemand abgebrochen nach einem Kauf. Vielleicht mit dem 14 Tage Widerrufsrecht. Bei Abhebung könnt ihr ab 100 Euro, könnt ihr euch das Guthaben auszahlen lassen. In Bitcoin, Paypal und einer Banküberweisung. Oder ihr wandelt das Ganze in einen Gutschein um. Den ihr einfach hier umrechnet. Dann kriegt ihr direkt einen Gutscheincode. Der ist nur eurer E-Mail zugeordnet. Das heißt, kein anderer kann den auch nutzen. Und der große Vorteil ist, ihr seht ihn auch direkt im Warenkorb. Und könnt ihn direkt im Warenkorb eurer Bestellung abziehen lassen. Das war es mit den wichtigsten Funktionen, die euch das Leben erleichtern, um ein Produkt zu kaufen. Was halt noch erwähnenswert ist, ist unser Blog. Da versuchen wir jede Woche einen interessanten Artikel zu posten. Natürlich haben wir hier sehr viele How-To-Anleitungen. Wenn ihr ein Xiaomi-Gerät zum Beispiel umflaschen wollt. Oder ihr wollt zum Beispiel beim OnePlus ein aktuelles Update einspielen. Es fehlt der Google Play Store auf einem China-Smartphone. Oder ihr wollt ein englisches Gerät auch mit eurer eigenen Sprache bedienen. Mit dem Multi-Language. Dort haben wir überall Tutorials. Die sind meistens sehr einfach. Und wir versuchen auch immer ein Video-Tutorial zu haben, sodass ihr euch das Ganze anschauen könnt. Das war es von Trading Shenzhen. Ich hoffe, ihr findet euer perfektes Smartphone. Und wenn ihr noch Fragen habt, packt sie einfach unten in die Kommentare. Und hat euch das Video gefallen, gebt uns einen Daumen nach oben. Euer Trading Shenzhen Team.